jo servus leute wir sind zurück hier beim hexit legends projekt und ich habe heute auch jemand anderes aus einem anderen thema dabei und das ist hallo ich bin ex crafter ja okay und Prozent wenn meine Abonnenten ihr könnt sehen ich hab's mal probiert mit dem Spex zu machen und es klappt scheint zu gehen so alt und an meine Abonnenten noch mal kürzlich machen kurzen Katrin wenn mich um die die roten Striche sind und ja jetzt sind die Meckhocken okay dann wo warst du gerade stehen geblieben bei mir so Prozent nur wegen meinem Text für als das in den Textbeck drin habe weil ich von dem Schild seitwürfen Folge eigentlich schon mit Textbeck aufnehmen Abo und jetzt sind wirstens rumgespackt bei mir und jetzt auf einmal geht's auch ich kenne die Fallen ich mag dieses das in die Lecktsprin mit Lohmich und haben wir mit ein bisschen und so ein bisschen Prozent wenn die Akkord regnen würde und bei mir schneid die so ich bin wird sagen ich besucht dich mal heute. So. Ich muss eh euch mal gerade so zu beiseren, weil ich habe letztlich die Folge mit Jojo aufgenommen und ja, da haben wir auch eine Schneewelt. Ich habe zum Klicken Weipfel gesetzt. Oh, jetzt ist mein... Mann. So, in der Türk-Stuff. Ich sehe eh schon mein Haus, weil ich von ja um... Ah ja. Sorry, Leute, dass meine Aufnahme weg ist. Also von letztem, ich bin hier und ich erzähle euch mal kurz, was passiert ist. Ich bin umgezogen von, ne, jetzt wohne ich hier auf diesem Berg. Ein wunderschönes Haus, ne, und ich fall runter. Weil bei uns... Weil bei uns am alten Haus irgendwie so ein Rifting war. Keine Ahnung, konnte ich nicht hin und ja. So, also das ist unser neues Haus. Hier ist der Enchantment Table von, ne. Ja. Hier oben sind die Küsten. Genau. Das war es eigentlich auch schon, dann begebe ich mich mal auf die Reise zu... Mein Freund. Und bringe ihm mal ein paar Geschenke mit, würde ich sagen. Bin ich so nett. Ich bin so nett und bringe mir mal ein bisschen nett. Gut, gut, ähm... Weisch über wo ich wohne. Kein Plan. Ne, egal. Hast du schon irgendeine Rüstung oder so? Nö. Ich hab's nur eisener Rüstung, halt. Okay, ich kann ja mal ne Diarrüstung schnell machen. Wie viel dir hast du? Hm, also eineinhalb sechs. Ungefähr. Ja, wir haben glaubt, bis jetzt nur sechs, so das sieben. So, mach ich mal ne kleine Diarrüstung. Oh Gott. Gott, dann hab ich ein Electric Stuff, als ich so was, wenn ich den mit dem fliegen kann. Oh, ja. Electric Stuff sind endlich praktisch. Ja, aber das ist halt kaputt. Mast du an Ranking 3 drauf? Ja. Dann hält er ja noch ein bisschen. Ich schau grad mal vielleicht, ich mach die, glaub ich, die Cloud Boots. Okay. Kriegst du keinen Fallschaden. Ja, das weiß ich, ich hab schon ein bisschen informiert und so. Oh, ich hab eh noch drei goldene Federn. Möchten die Appo haben? Hm, hab ich fünf. Oh Gott. Was hast du nicht? Ja, ich hab alles. Okay. Das fand ich... Nein, das gehört eigentlich nur... Nein, ich nimm den Wald. Nein, was gibt es denn noch? Ich entstand jetzt mal so und... Am Ende scheint es zu Wort. Wir machen das so. Ich hab 17 Dias. Ich hab keine Fehler. Ich bin ja umgezogen, dann hab ich nur als Wichtigste mitgenommen, hab ich jetzt... Ich hab mich jetzt verarscht. Ich hab' auch keine Fehler. Ähm, schaut leicht aus mit deinen Schuhen. Ich hab' keine Fehler. Als muss, ehrlich, ehrlich, ich meinst überreden, Jojo und Fabi, davon überreden, dass wir umziehen, weil... Und... Wurde ich ein Postkeletten... Postkeletten... So, ich mach' schnell mal noch ein... Brauch's... Wo... Hammergeil. Hammergeil. Ich hab' gerade eben so ein komisches Skilett, weil ich so so Effekte oder sowas hat. Ja. Hab' ich gerade eben einen Kill, hab' ich ne Diamond Jazzblade mit Protection 2 rausgekriegt. Nicht schlecht, also brauchst du keine Diamond Jazzblade mehr? Ne. Das schon ehrlich gemacht. Passt. Egal. Kann ich an jemanden anderen verschenken, dann. Ja, kann ich... Von mir ist kein Schiller, kann ich nicht gleich mal nach Fabi oder um sie dann beschrieben. Ja, kannst du machen. Was mach' ich mit den Herzen eigentlich? So, wir haben ja ein bisschen über Fugel, informiert über Chocopos, kann man mit Chocopedia. Da mach' ich mir jetzt auch ein paar von denen, hab' ich schon eine Farme öffnet. Eigentlich aber. So. So. Was brauch' ich mal, ich nehm' ich immer diese. Die nämlich mit, dann... Machen nicht mal zu nett, und noch das. Dann, dies... ...das Gold, und die nehme ich mal mit. Hast du zufällig Federn? Hm, ja, ich glaub' Dann lass' ich das mal so und schau' noch mal unten, ob ich da noch was hab'. Wie soll ich mein Schokobon nennen? Puh, keine Ahnung, Choki. Äh, ne. Einfach los. Nein, nein. Einfach los. Nein, egal. Ich nehm's mal... Ich nehm' mal Sex-OP-App für mit. Wie soll ich's nennen? Ja, das entscheid' ich irgendwann mal. Später mal. Okay, ich schau' noch schnell. Ich müsste noch irgendwo so Essen haben. Wie heißen die gleich noch mal? Ach ja, Electric. Da mach' ich mir noch mal ein paar von denen. Ich tu' jetzt mal für uns ein bisschen Essen anfassen. Ich mein' echt wenig Essen finden grad hier so auf. Puh, Electric Essen, wo bist du? Puh, ich weiß auf jeden Fall was ich machen werde. Sticks, 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 sticks. Es hieß mal, man darf den Enderbogen nicht hernehmen, oder? Ich hab' keine Ahnung. Weil das selber crashed oder so. Ich hab' den mir jetzt mal gemacht, so zum Spaß. Was? Falls ich sterb, einfach hier nicht, falls ich stirb, fast stirb, einfach hernimmst, aber crashed. Bin ich nicht tot. Pussi-Taktik, aber nein. Ich wollte mich doch verarschen. Ah, da, ich dachte mir schon. Ich hab' die Idee, wie mein Pferd damit macht. Also, ich hab' mir grad gedacht, ich hatte so ungefähr einen Stack von den Essenzen. Wo sind die? Resenzen. Ja, so wie Essenzen haben sie, wie man die Zauberstämme machen kann. Kennst du die? Jo, gut. ich habe auch freundes gut ich habe auch freundes gut die kämpfe mich an die unsichtbar machen wo ich bin jetzt und gar nicht will das meint für mich mit 9 in dennoch sonst wenn es sind schon nötig muss ja irgendwie was geben ich gucke ein ganz selben bisschen Kisten und die gehen können das ist schon ich habe alles was geht es dann in der drache nehmen und töten schon Lyon die warum nicht der gibt ein paar Level die wo auch wieder war ich brauch zum reparieren meines Bogens gerade die Perkosten 122 Level okay zum reparieren mehr mit dem Spiel nicht bis hin das habe ich noch die nur gemacht die Chance noch mal dann hat sich mal mein Brustpanzer mit Protektion 4 Leidert mit Perkost 7 okay dann mach ich mir heute noch hier was entschalten ich kann sie noch schiebt man hat haben nicht genug level man hat sich die auf schaft schärft für zwei kannst du ja immer noch machen ja ich hätte gesagt könnte ruhig zu mir ist der komme ich habe mir auch noch sechs Prozent der lichter von den Chancen oder ich bin mir nur noch keine Bücheregale ich habe ich die Bücheregale verschwende dich am 6 von den zweitens mach ich schau ich mach mir wo bist du denn also das haben wir den Koordinaten an Prozent Minus 50 und 200 Prozent na gut ein Minus 50 du bist ja fast im Sporn ja wir sind noch nicht weit gelaufen weil wir immer Minus 50 Minus 50 300 Mausen die Schöne hier seine Ursache schon voll schnell weggegangen oder ein bisschen wir haben mehr im Kläck hier man von Klämpfer dann schon gemacht haben Jürgen hat er gesagt komm lass uns hier die machen ab ich habe mich nicht mal ein Bildung ist zumal der innen noch machen wird auch noch nicht mehr als Nummer weiterziehen wie Schneebium gefällt mir nicht so gut sind eh nicht so viele Blöcke ich bin dann gleich da ne naja das ist ein bisschen er sind da ist ein netter Burg die schaffe ich alleine nicht wenn es leckt und solche helfen oder alle anderen lieber nicht alles ist hat der ritter Burg ich glaube jetzt ziehe ich dann später mal ein den Bock drauf er will ausprobieren ich habe ich kein Pfeil dabei mehr ernst ich habe einen Rucksack hoffentlich vorher 26 oder eine Hünd ich so jetzt jetzt wird gemetzelt die die ich meine schöne Feldarbeit die sind schlecht die Walker nochmal diese Flugarbeit wie viele Leute ich schon besucht habe schon zwei wo ist man mit nichts elektrisches darfst würde sich nicht immer automatische umher um in den Passwischen eigentlich schon keine Ahnung ach das war das gut dass ich beim vorbeigehen schnell mal ausgeräumt habe aber das sind Piratenkäppen darf ich den Platz töten ich bin mögliche wissen muss okay ich meine nicht wenn ich so lange dann braucht zu mir naja nicht dass diese Lappen naja nur noch 300 Leben in die Schnell ich könnte jetzt ja nicht nur als mit Bürokraten das wir haben welche die Türen wo von der Leben noch wie ich auch 60 Leben und die Tügel geht nix vor hast du noch genug bücher wenn ich nicht will nun mal nicht hat der Karte mit dem kann ich mich auch nicht zu machen glaube ich oder mit goldenen Punkt ich habe noch ein paar Sachen wenn ich gerade zur Klaus Jürgen hat sie mitgenommen in den Büchern ich bin nicht so oft ich hatte doch nicht weg die Brüder um die Bücher hinterher die vier Bücher viele Bücher Oh, da ist noch ein neuer Rucksack. Ja, Mann. Ich liebe Rucksäcke. Tu ich mal alles rein, was ich jetzt gerade nicht brauch. So. Hast du jetzt noch ein Rucksack? Oh, noch ein Rucksack. Ja, Mann. Ich muss gucken. Ich kann dir so viele Sachen jetzt geben. Also ohne Wicke, ich habe die Bücher mitgenommen. Letzte Mal. Nein. Nee, finde ich keine Bücher. Ich komme jetzt wieder weiter zu dir. Mit was zu rennen, dass du in deine Videos eigentlich? Kommt das, ja. Mann, nicht auch eigentlich. Mein Kampasier-Crack hat nicht hingehauen, keine Ahnung. Jetzt ist abgelaufen, jetzt kann ich nicht mehr nehmen. Okay. Hey, das ist ja mein altes Haus, glaube ich. Irgendwo da. Ah ja, das war ein altes Haus. Mal schauen, wie es ihm geht. Na, wie viele. Das ist schon geil. Ah, ich glaube, ich weiß, wo du siehst. Ich wäre hier fast ins Rift reingegangen. Ah, okay. Was sind hier viele Sachen noch? Egal, bräunig. Ja, als ich meinst, meine ich, dann klick ganz kurz ein Schild. Und dann leckst du mir leckst. Wenn du mir leckst, lass mich noch. Ja, ich würde dich noch. Aber so kommt ein paar, bis sie rauschen, aber es geht. Okay. Oh, wie viel Holz ich hier hatte. Nehme ich mal ein bisschen was mit. Keine Nischaden. Das bringe ich nicht, hoffe ich. Habe ich noch irgendwo elektrige Senses irgendwo? Ich habe schon mal eine Magical Senses. Elektrige Senses. Hä, da liegen Eis mit Sachen. Oh, nein. Ja, ich habe einen. Juhu. Ich habe hier noch einen Proboten drin. Feederhand, ich nehme mal die Feeder. Und jetzt ist es so eine Elektrige Senses und Elektrige Senses. Das heißt, die Wienz, was Schäfstmann mitnehmen. So, dann stellen wir kurz in Charming Book auf. Tun in der Kriegster freien. Zauberin mit Unbreaking 3. Und das reicht ein bisschen. So. 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 Und auch auf den Zaun starten, ne? Du kannst auch noch, wie heißt das, um, Soul Tether 1 drauf machen. Dann behalten, wenn du stirbst. Echt? 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 Cool. Marc Müller. Ich glaube, ich kann es so klar auf mein Letcher-Bug drücken. Das heißt, Bücheregale. So. Du kannst dann ja mal zu mir mitkommen, dann kannst du dann ein paar bisschen in Chancen. Ja, ich gehe jetzt, ich habe gerade immer auf meine Map guckt und ich habe schon ein Dorf gefunden und da gehe ich jetzt hin und schreibe nach, die Koordinaten kurz auf und dann tue ich ein Schild zu setzen, dass Juju weiß, wo ich jetzt ungefähr bin. Ja, da bin ich noch, ob ich hier gleich wieder. Ja, da bin ich noch, ob ich hier gleich wieder. Ja, da bin ich noch, ob ich hier gleich wieder. Ja, ich war nur kurz auf dich. Warte auf nicht. Ich bin jetzt spätestens eine Minute da. Ne, so lange dauert es nicht mehr. Ja. Ja. Nein. Loll. Hier ist das Piratenschiff. Von wo kommst du? Vom Svon aus, oder? Warte mal. Alter, ich hasse dieses. Aber das ist nicht unser Piratenschiff, hoffentlich. Weil sonst bin ich jetzt in Kreis gelaufen. Ne, so nicht, das ist ein anderes. ist ich dachte ich werde zum Kreis gelaufen im Porto Koppel so ich bin sonst wo ich bin sonst bohren und auch in die Mannschaft zu mir der Schichtaktor schönen Dingsbums Rucksack und ich habe selbst zu sein machen ich habe ganz viele Rucksäcke kann ich mir davon vielleicht ein Laien das sind Schokobos und ich kann sie nicht einsammeln bist du hier irgendwo ja du mal bist du hier bist du dich da hey du hast du schon gebt bei einem Standort gut mit was ist das Verzaubert nur mit Schaden ist frei wie viel Schaden mache ich dir darf ich dir einmal schlagen ja okay nicht zu viel guck mal zu mir her warte jetzt bin ich gleich weg cool ich schaue jetzt da mal durch was ist das ein Bigs Mord bräunig ich bin ich ja mal ein paar Sachen rein zu Jo was man soll es mich selber nehmen ich habe es kein Platz mehr mit dem Tag ich suche mir kurz mein ganzes Wettbewerb und was ich mir dabei habe um sie ein Hild hat das kannst du haben das kann man das kannst du haben was brauchst müssen die kannst du haben eine Bombe ich hab unten es kann punkten so ist der Mann ja uns nein 9 was kann so eine Bombe wenn man stehen ich will auch mal ich will auch ein das reitet auf einem Togobo und ja bei Ahnung wie das meint so keine Ahnung bleibt bei mir was gerade auch ein bisschen kurz bei mir weg nein du hast auch die Federn ich hab schon welche gefunden auf dem Weg hierher kannst du auch so hoch springen wie ich nein machen Prozent die Welt wird es umziehen ist nur klein ich kippte noch ein paar Sachen von sich unterwegs die von Knie die Städte auch wenn es einen Brot rüber ich liegte hier noch ein paar Sachen in die Kisten nirgendwo ja ich nehme als wichtigste mit ist ein Star Piece ähm wichtig keine Ahnung kann aber schon sein ich kenne mich so mit Hexen ich kenne mich auch nicht so gut aus ich fühle mich gerade leicht verarscht wie so weil ich die goldenen Feder nicht mehr findet ich kenne mich in das Video vergessen ich hab die naja habe ich noch Gold ich will die Teil jetzt machen hat damit ich nicht mehr ich habe eine goldene Fehler jetzt habe ich er zwei Gold ich könnte hier jetzt weißt was ich jetzt mache was schauen wir uns in der Hand habe wo bist du wo bin ich ich will schon in der Luft ich weiß in den Markt 10 so schaden und Kuhl Dankeschön Mischel 6 ein Fallschirm Mischel ist keine Szenen zu für Hexical Sense damit kannst du nicht älterisch gut machen mit Echter zu haben auch voll viel von den Glauben und ist hier auch noch was drinnen nirgendwo und bräuchte für dich überhaupt nichts mehr geben oder so die kannst du haben bomben wo große hier nochmals unterwegs ein bisschen wir unternommen kentick ding und hier das beste schild das es gibt das es gibt ruhe da ich bin um zu nett hier ist langweilig ich schenk gerade alle meine sachen